Hallo Leute, Herzlich Willkommen bei The Crew. Ich bin Shenzhou. Ja, normalerweise hatte ich jetzt vor, um nach L.A. zu fahren. Aber ich dachte mir, boah Leute, das ist soweit und ich will euch echt nicht langweilen. Ich hab mir gedacht, ich mach doch lieber die Events hier, die noch offen sind. Ich hab auch ein bisschen was für die Story. Ich denke mal, dass... Wäre für euch auch interessanter. Ich hab da mehr von. So. Gucken wir mal. Browser haben wir. So. Ah, schade. Ich halte ich. Stufe 9. Na, bringt uns aber nicht viel. Na ja. Da. Machen wir mal ein paar Events wieder, ne, damit wir hier mal ein bisschen weiter vorankommen. Das durch. Sag mal, wir haben jetzt genug rumgetrödelt. Wollte ja bestimmt auch mal, dass man hier mal wieder was sieht. Ich mein, da war ja dieses eine Event, was wir gemacht haben. Das Testrad. Wollte ich euch nochmal auf der Karte zeigen. Diese hier. Wobei ich glaub, haben wir eigentlich das schon geschafft? Das war doch nicht. Ne. Gucken wir mal. Oh, da nähert sich uns ein anderer Spieler. Ich bin mir nicht sicher, ich glaub wir sind hier schon mal lange gefahren. So auch nicht. Oh. Ich glaub das. Ja, oder doch. Ja, natürlich hier ist doch das eine. Boah. Ach, das stimmt. Ich mein, das muss hier doch das eine Rennen sein. Ne. Das sieht doch ein bisschen anders aus. Das sieht doch ein bisschen anders aus. Okay, fahr jetzt nach Black Hills. Du musst deine umgebaute Karre testen. Ich brauch deine Meinung. Ja gut. Also, ich fand das super. Na gut, das wollen wir dann mal machen, ne. Wir haben schon einen Zeitrekord auf der Strecke. Ich muss nur wissen, wie der Wagen reformt. Halt dich nicht zurück. Okay. Wollen wir mal hier wirklich durchstarten, Freunde. Ups. Also, was ich sagen kann, im Wasser. Hm. Nicht so gut. Das solltet ihr euch nochmal überlegen. Wenig Zeit, Junge. Also, gib Gas. Ja. Da war das. Achso, das ist sowieso ne. Okay. Hm. Schaffen wir es noch. Ja. Aber ich glaub, wir hätten da auch übers Wasser fahren können. Ah, das schafft man wirklich nicht. Noch einmal. Ist doch was neu. Ist ja cool. Da kommen wir so ein bisschen storytechnisch auch weiter. Ja. 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 Was er wohl schmuggeln möchte. Hmm. Wir haben schon ein Zeitrekord auf der Strecke. Ich muss nur wissen, wie der Wagen reformt. Halt dich nicht zurück. So, ich werde jetzt etwas besser dran. Ja, ich denke mal, diesmal schaffen wir's, diesmal schaffen wir's, Freunde. So, jetzt einmal den Berg hier hoch, ja, vor allem gerade, ne. Ups. Mission erfüllt, oh Gott, geil. Steuergerät gewonnen. Ja, das nehmen wir natürlich. Gucken wir mal, was wir sonst noch zu lassen machen können. Okay, hörsch, das Ding ist spitze. Mehr wollte ich nicht hören. Mein Tuner holt ihn ab. Dank dir. Na ja, gut, hab ich mal gespannt, wenn ich das weiterentwickelt. Ich würde mal sagen, gucken wir mal hier auf die Karte, was wir sonst noch so haben. Das haben wir jetzt fertig. Können wir das hier vielleicht noch machen. Wobei, ich weiß nicht, ob das von der Geschwindigkeit gut war. Warte mal, das ist ja hier der Motor. Da ist er aufgeladen. Da ist er aufgeladen. Da haben wir auch nix. Also wenn, dann haben wir hier nochmal was, ne. Was haben wir hier? Da haben wir auch nur Monster-Arena-Training. Okay. Also wenn, dann müssten wir dann, glaube ich, jetzt hier weitermachen. Ja, kommen wir mal mit dem probieren. Können wir mal probieren. Wenn nicht, dann müssen wir mit unserem anderen Fahrzeug machen. Gut, gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja mehr Erfolg. Ich habe ein Rennen für dich. Süd Chicago, Nord St. Louis. Einer von Trois Leuten. Einheimischer. Bin dran. Wir wollen die Rennszene im ganzen Mittelwesten beherrschen. Schlag die Kerle aus Chicago. Na gut, dann gucken wir mal. Schlagen wir gut. Mach die Säcke alle. Ups. Weg da. Ah, ich glaube mit dem klappt das hier in den Kurven schon mal ein bisschen besser. Der braucht aber wiederum ein bisschen mehr Speed. Die da mal. Gucken wir mal. Oh, jetzt legt er da los. Aber jetzt legt er da los. Aber jetzt legt er da los. Und dann legt er da los. und kriegen wir ihn? kriegen wir ihn? ach verdammt nein streng dich an man, du repräsentierst chicago da ist er auf die falsche seite ich glaub wir müssten es nochmal machen schade aber wie wir gesehen haben ist es nicht unmöglich mit dem wagen also es ist möglich bin ich da, oh deshalb bin ich da, guter dinge wo es kommen gibt gas, komm 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 ach der lieferwagen war in meiner ideallinie aber wir haben es geschafft trotz allem drum und dran mission erfüllt naja gut brauchen wir nicht und wir sagen die folge war jetzt mal wieder ziemlich produktiv da war einiges geschafft gute arbeit weiter so und du hast dein tattoo schon sicher du hast dein teil erfüllt und ich habe ausgetüftelt wie wir beide bekommen was wir wollen fahr zu dem punkt auf deiner karte ok dann bin ich mal gespannt das klingt aber ziemlich so ein bisschen ja wie soll ich sagen merkwürdig aber zu welchem punkt dieser wahrscheinlich knautschzone ja ich glaube das ist wahrscheinlich dieser naja gut freunde dann sage ich mal dann beende ich mal diese folge und wir sehen uns in der nächsten folge macht's gut gut